hallo und willkommen zurück zu dead by daylight ja wie man sehen kann wir zocken mal wieder mit der seuche mit kotzi ok wir müssen erstmal hier wieder alles an kotzen so voll motiviert ok dann haben wir drauf nur sehr gut was sind denn die aber schon wieder alle es ist doch das ist doch schon wieder der was auch schon der was auch schon one shot wie geil ist das dann mensch lass mich doch mal vorbei du sau ja Hallo, holst du? Ach, Mensch. Also, wir warten es nicht wirklich. Ja, Glück gehabt, ey, dass ich die noch getroffen habe. Oh, hier ist der kleine Haken. Sehr gut. Okay, da hinten ist Elodie. Sehr schön, die haben wir auch gleich getroffen. Sehr gut. Hier ist doch der Haken. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Haken auf einmal hin? Okay, wir gehen wieder ins Main zurück. Scheide. Was mach ich? Was hab ich denn? Jetzt hab ich immer wieder losgelassen. Ah, das ist manchmal so schlimm. Okay, wir hören jetzt wieder unseren Rotwein. Okay, Auspau hat gleich getriggert. Sehr gut. Okay, jetzt sind alle vier wieder verletzt. Oh, da hat er aber ein Schwein gehabt. Na, komm schon. Nein, oh, was mach ich denn? Ich hab's heute echt nicht so mitreffen, ne? Das ist heute wirklich nicht so meins. Ah! Treffen wir uns heute wirklich nicht so meins aus. Das muss ich echt zugeben. Ah! Ah! Oh, da hinten rennt, äh, keine Ahnung, wer ist der denn? Ne, nicht Jeff. Ne, wie heißt der denn? Ich hab keine Ahnung. Ich springe völlig drüber, wenn ich das von dir verlange. Schade, jetzt bräuchte ich meinen... Uh, das gibt's doch nicht, ey. Die ballern die Chains wieder durch. Das ist ein Witz und hier ist schon wieder nichts. Hier komm ich schon wieder nicht durch. Und er hat auch noch Flink dabei. Ich geh kaputt. Ist echt manchmal ein Witz. Oh mein Gott, ey. Nein, ich bin doch bestimmt extra. Äh, wieso? Hä, hat die... Hat das hier nicht geleuchtet? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ja, der versucht mich ja die ganze Zeit jetzt zu halten. Hier hat doch gerade der Brunnenweiß geleuchtet, oder bin ich jetzt doof? Hier hat doch gerade der Brunnenweiß geleuchtet, hä? Oder bin ich jetzt wirklich doof? Gercht? Boas Zeit? Hier! 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 Ja! Schlag doch zu! Die schlägt einfach nicht zu. Ich steh da und sie schlägt nicht. Ich geh kaputt. Ok, sie ist wieder in der Mitte dran. Hm? Okay, haben wir uns noch sehr gut getroffen. Sehr schön. Na, das gibt's doch nicht. Lass ich doch mal. Ah! 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 Okay, das wird wirklich gerade ganz schön hart. Gibt es auch gerade nicht, wo sind die? Okay, hinten hat sich wieder jemand gereinigt. Ne, wir müssen halt erstmal mit diesen normalen... Oh, da war der Felgen im falschen Schrank. Wo ist die hin? Hallo? Okay, die haben uns erstmal beide angekotzt, das ist schon mal gut. Das ist nämlich, sobald sie jetzt drangreifen, wissen wir das ja. Okay, das ist schon mal gut. Was ist denn eh schon wieder los, ey? Gibt's doch gar nicht, dass wir die nicht kriegen, ey. Komm schon. Hä, wieso? Schön, wieso kriegen wir den nicht? Ne, wir dürfen uns nicht wegjagen lassen, das ist Mist. Die versuchen uns wegzujagen, das ist totaler Mist. Na komm schon. Uuu, die legt aber einen Sprint hier hin. Jetzt hat's einen guten Sprint hingelegt. Okay, jetzt wird's natürlich noch ein bisschen schwerer für sie. Okay. 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 Ich bin doch vergessen. Das ist, nein, keine Ahnung, die haben mich jetzt die ganze Zeit so getrickert, Alter. Das ist, nein. Nein. Oh. 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 Das ist gar nicht okay. Sie hingen auch schon zweimal, warum hingen aus? Warum hingen aus? Nein, ich so nicht. Okay, naja, dann danke ich euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann mal gucken, wer der glückliche Sieger sein wird. Ich wusste wirklich nicht, dass Ace noch gar nicht hing. Das habe ich echt nicht gewusst. Okay, wo ist die Luke? Okay. Ja, Ace steht bestimmt schon drauf. Okay, er steht auch noch nicht drauf. Das ist schon wieder so ein Witz. Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Okay, da haben wir jetzt alle getötet. Ich meine, er ist nur für ihn traurig eigentlich, er ist first took down, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, die haben mich jetzt die ganze Zeit so lange abgefuckt hier mit diesem Scheiß hin und her und hin und her und verstecken. Ich meine, da haben sie gut versucht, keine Frage. Aber ja, ich hatte davor schon Runden, die haben mich, sage ich mal so, abgefuckt. Deswegen musste ich jetzt einfach. Okay, dann war es das für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.